Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Moral und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem Let's Play City Skylines. Ja Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Nachdem wir letzte Folge erfolgreich die Citycopter Mod getestet haben, werden wir uns heute mal dem Ausbau unserer kleinen Insel hier widmen. Und ich hatte in einer Folge glaube ich schon mal gesagt, dass ich eigentlich mal gucken möchte, wie das so ist mit einer Art Times Square. Ich habe mir das nochmal genauer angeguckt, so leicht nachzubauen ist es gar nicht. Zumal wir den Straßentyp eigentlich dafür auch gar nicht haben. Man bräuchte dreisspurige Straßen, an die man auch Gebäude reinsetzen kann. Und das ist natürlich hier bei den Autobahnen nicht möglich. Und deswegen werden wir das Ganze mal mit sechsspurigen Straßen machen. Das schadet vielleicht aber auch nicht. Und ich versuche mal mein Bestes, dass wir das irgendwie auf eine gute Art und Weise schaffen werden. Das ist glaube ich noch zu nah, wir werden das mal dort drüben setzen. Ich kann nichts versprechen. Ich würde einfach nur sagen, wir probieren es natürlich einfach mal. Und dann gibt es hier noch eine Nebenstraße, die fast parallel, aber leicht natürlich zur anderen Straße hingeht. Eigentlich müssen wir das viel näher heransetzen. Auch nicht. Tja, es ist nicht ganz so leicht. Es wird sowieso nicht eins zu eins dasselbe sein, das ist ganz klar. Ist auch nicht ganz das Ziel, aber so ein bisschen wollte ich zumindest das doch schon so haben, dass man erkennen kann, okay, das könnte es sein mit viel Fantasie. Wobei ich jetzt hiermit natürlich nicht ganz zufrieden bin. Hier hätte ich gerne eigentlich so einen Viererblock, 4x4. Dass dort auch ein großes Gebäude entstehen kann. Aber naja, wir müssen das erstmal so hinnehmen. So, dann führen wir dich hier mal noch weiter. Und vielleicht dann leicht kurvig hier mit ran. Das wäre doch eine tolle Idee. Hat zwar dann nichts mehr mit dem anderen zu tun, aber irgendwie brauchen wir ja den entsprechenden Übergang. So, dann müssen wir dich noch irgendwie verbinden. Das werden wir auch mal in einer leichten Kurve hier noch machen. Jawohl. Und damit hätten wir eigentlich schon mal das Wichtigste geschafft hier. Tja, jetzt müssen natürlich erstmal einerseits Gebäude ran, andererseits brauchen wir für die Straßen hier noch eine Anbindung. Und ich überlege noch, ob wir das nicht einfach vergrößern noch. Ich muss mal gucken. Also es ist, wie gesagt, es wird ja nicht ganz das Original werden. Vielleicht machen wir auch direkt zweispurige Straßen. Also hier nicht One-Way, sondern in beide Richtungen. Das wäre vielleicht in unserem Fall sinnvoller. Nein. Ach, naja, egal. Und ja, dann gucken wir mal. Ich glaube, ich mache das doch lieber so. Ich glaube, das würde mir besser gefallen. Ja, wie gesagt, schade, dass man hier nicht regulieren kann, welche Quadrate hier wohin zugeordnet werden. Das finde ich nicht ganz so schön, aber es lässt sich halt leider nicht verändern. Tja, und ich glaube, dich mache ich auch zu einer 2-Way-Straße. Also keine Einbahnstraße. Nein. Ach, egal. Mache ich gleich wieder. So, da hätten wir das. Und hier bitte nochmal doch so. Vielleicht auch generell so. Ach komm, das sieht größer aus. Das passt mehr zu dem, was wir wollen. Ähm, so, da hätten wir das in der Form erstmal. Und was macht ihr denn hier Schönes? Ihr wendet bestimmt, oder? Mhm, okay. Und eigentlich würde ich es gern hier noch irgendwie mit dem Kreisverkehr hier verbinden. Das ist dann nämlich auch bei der Broadway-Straße. Ähm, ich glaube, das ist die zumindest. Äh, stand zumindest jetzt dran. Ähm, so, dass die dann zu einem Kreisverkehr führt. Tja, wie machen wir es? Wir müssten dazu eigentlich hier ein bisschen was abreißen und umgestalten. Wir könnten diesen Zugang hier eigentlich dafür verwenden, müssten aber wahrscheinlich das Gebäude hier nochmal entfernen. Ähm, ich hau erstmal die Pause rein, dass wir hier ein bisschen was machen können. So, dich nehme ich mal kurz hier komplett weg. Wir gestalten das gesamte Gebiet hier nochmal neu. So, hier kommt auch erstmal weg. Hier kommt weg. Okay. So, da hätten wir das. Und eigentlich ist, gefällt mir das jetzt hier auch nicht so richtig, wenn ich das hier so sehe. Kriegen wir das auch noch anders hin? Ähm. Das Problem ist nämlich, dadurch ist wieder eine extra Kreuzung hier. Und das will ich ja eigentlich nicht. Wir werden das mal versuchen, noch anders zu lösen. Ähm. So. Wenn wir hier schon mal alles umgestalten, dann gleich so, dass es vielleicht auch richtig ist. So. Und. Na, das kann doch jetzt noch nicht sein, oder? Das muss doch hier irgendwie rüber gehen. Ach, Mensch. Gelände zu steilen. Immer wieder. Baust doch dann gleich so hin, wie ich es haben will. Du weißt doch, wie ich das haben will. So. Okay. Hatten wir. Und dann vielleicht so. Genau. Dann haben wir hierfür nämlich nur eine Kreuzung. Und die wollen ja eh nur abfahren. Also dürfte hier auch kein Stau oder sowas entstehen. Ja. Und dann haben wir nämlich eine Kreuzung schon mal weniger in dem Kreisverkehr. Das heißt, der wäre vielleicht etwas effektiver dann. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Straße, um hier eine Anbindung zu schaffen. Lass ich die erst noch, ich glaube, ich lasse die erst noch ein bisschen weiter gerade nach oben gehen. Und dann ziehen wir hier erst die Kurve. Ich glaube, so machen wir das. So, vielleicht. So. Dass hier wenigstens die Abstände in etwa gleich groß sind. Gut. Da hätten wir das. Und, ähm. Dich verbinde ich. Hier könnten wir eigentlich auch noch was machen. Wir brauchen ja natürlich jetzt hier auch wieder den entsprechenden Anschluss, dass, ähm, die Autobahn irgendwie auch dort ankommt. Weil wir das dann wahrscheinlich über die Straßen in die Hand haben werden. Jetzt überlege ich gerade, ob wir da noch einen, mal wieder Kreisverkehr einsetzen. Ich will eigentlich nicht schon wieder einen Kreisverkehr. Ähm. Kriegen wir das noch anders gelöst? Tja. Ich habe jetzt überlegt wegen T-Kreuzung. Ähm. Das könnte man mal testen. Ich weiß nicht, wie effektiv das Ganze dann im Endeffekt sein wird. Ich will es aber mal ausprobieren. So. Dich dann vielleicht noch gerade nach oben. Und dann Autobahn. So. Und dann lassen wir hier eine abgehen. Um da die Verbindung herzustellen. Und du gehst vielleicht gerade darauf zu. Und damit wärst du auch schon angebunden. Das wäre halt etwas relativ Simples, Einfaches. Ohne jetzt groß, ähm, Toba Wohu zu machen. Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Es ist natürlich diese Anbindung wieder etwas bescheiden. Das, ähm, lässt sich aber lösen, indem wir jetzt sagen, okay, und dann machen wir doch hier auch noch gleich eine Verbindung. Und, ja, damit kann ich mich eigentlich anfreunden, denn, ähm, hier vielleicht auch noch. Genau. Na, das wäre doch in Ordnung, glaube ich. Und vielleicht sogar hier noch eine Verbindung nach dort. Kriegen wir das auch noch hin? Ja, aber ich denke, komm, hier, ähm, nehmen wir aber wieder eine Kurve. Jawohl. Ja, das geht doch. Das lässt sich doch sehen, oder? So, da hätten wir auch das. Ich glaube, hier die Stromanbindung kann ich ja mal etwas zurückbauen, zumindest. So, dann machen wir das mal von hier direkt nach da. Ja, dann müsstet ihr verbunden sein. Ihr seid aktuell noch verbunden, aber nicht mehr lange wahrscheinlich. Ähm, das heißt, hier müssen natürlich jetzt die Gebäude neu ausgewiesen werden. Und die Straße braucht natürlich jetzt auch noch einen Zugang. Ähm, den könnten wir nach hier drüben verlegen. Wenn wir hier eh schon die Kreuzung haben. Das werden wir auch, denke ich, so machen. Ähm, da hatten wir hier die vierspurige. Und, bin ich mal gespannt, kriegen wir das hier rüber? Ort ist bereits... Ach, die U-Bahn-Station. Okay. Na, die muss ich nochmal abreißen. Setze ich dann aber wieder hin. So, jetzt aber. Genau, das würde gehen. Wie sieht es denn mit einer geraden Straße aus? Würde auch gehen. Ähm, okay. Ne. Sorry, aber das will ich jetzt ein bisschen ordentlich haben, ja? Hm. Und dann so. Damit kann ich mich anfreunden. Okay. Da hätten wir auch das. Und jetzt müssten wir natürlich wieder neue Gebiete ausweisen. Ähm, das werden wir mal auch direkt natürlich machen. Wobei ich noch überlege, wie wir es dann machen. Ähm. So, vielleicht. Dann hier natürlich erstmal die Gebiete wieder voll machen. Ähm. Soll beim Kreisverkehr auch Häuser stehen? Ach, was soll es kommen? Und hier auch noch. So, da hätten wir auch das soweit. Eigentlich können wir das hier alles erstmal, ähm, damit bestücken. Ich meine, davon wird auch später wahrscheinlich Gewerbe, äh, ein bisschen was an Gewerbe sein. Weil das ist ja dort, glaube ich, mehr auch Gewerbegebiet, ähm, beim Times Square. Ähm. Aber ich denke mal, die Leute, dort gibt es bestimmt auch Wohnungen oder so. Also, naja, äh, so, das hätten wir erstmal. Und dann hier noch wieder vollständig. Wir machen erstmal hier alles voll. Alles dicht machen. So, das auch noch. Genau. Denn es geht jetzt natürlich auch darum, dass die Stromverbindung relativ flott wiederhergestellt wird. Was ich nicht glaube, dass sie das von alleine schafft. Aber wir testen es einfach mal natürlich. Notfalls können wir hier noch eine Stromverbindung, ähm, rüberziehen vielleicht. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt gerade auch, ähm, sinnvoll, wenn wir das so machen würden. Ähm, so. Und das geht natürlich nicht. Okay. Dann nochmal rückgängig. Ich glaube, die konnte man auch Höhen verstellen, oder? Und jetzt sage, du bist höher. Ja. Das macht, das geht sogar. Dann machen wir das so. Und, ich weiß nicht, ob das schon reicht. Es könnte reichen. Und wir probieren mal, die Zeit weiterlaufen zu lassen. Und gucken mal, was dabei rauskommt. Ich bin jetzt gespannt, ob der Strom dort ankommt. Und, ja, scheint so. Sehr gut. Ach ja, die U-Bahn-Station müssen wir noch wieder hinsetzen. Das hätte ich jetzt fast verdrängt. Ähm, du gehst nochmal kurz weg. Und dafür U-Bahn. Hier, bitte. So. Da hätten wir das eigentlich auch schon fast. Ähm, vielleicht. Hm. Wo nehmen wir sie ran? Hier könnten wir es mit ransetzen. Jetzt die größer, kann das sein? Tatsächlich, die ist größer. Ähm. Dann nehme ich hier die New Yorker. Das passt ja auch mehr zum Thema. Aber trotzdem, wo setzen wir die ran? Machen wir es hier? Machen wir es da? Hier wäre eigentlich ganz gut. Bin mal gespannt, ob sich die U-Bahn-Leitung jetzt dementsprechend auch sofort wieder anpasst. Weil wir das hier auch nochmal rückgängig machen. Und dann legen wir das nämlich nochmal neu hin. Dass halt möglichst der effektivste Weg dort genutzt wird. Äh, so. Und jetzt lasse ich nochmal die Zeit weiterlaufen. Mal gucken, gibt's die U-Bahn-Linie hier jetzt? Nein, das hat er, glaube ich, jetzt nicht erkannt, dass ich dort wieder eine, gern eine hätte. Oder dass das vielleicht noch dieselbe sein sollte. Ähm, setzen wir also selber neu. Macht ja nichts. Wir müssen noch uns um das Wasser kümmern. Natürlich. So. Ziehen wir einfach mal jetzt hier möglichst so effektiv hier durch. Dass wir uns darum später auch nicht mehr kümmern müssen, dass das jetzt alles gleich erledigt ist. So. Und so. Da hätten wir, glaube ich, alles. Wunderbar. Dann müssten jetzt hier natürlich noch im Laufe der Zeit neue Gebäude entstehen. Das wäre wirklich wunderbar. Das wäre ein Traum. Das Gebäude, was ist das hier, wird sicherlich noch verschwinden im Laufe der Zeit. Denn das hat ja nun gar keinen Zugang mehr. Aber hat auch was, wenn das hier so frei dasteht. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das hier dann später optisch auswirken wird. Ob wir das zumindest ein bisschen so hingekriegt haben. Wie gesagt, ich habe ja nicht den hundertprozentigen Anspruch danach. Aber ich möchte es zumindest mal so in der Richtung probieren. So, ampeltechnisch, glaube ich, müssen wir jetzt hier wieder ein paar Ampeln entfernen. Damit der Verkehr hier wieder ohne Probleme fließen kann. So, das hätten wir. Dann hier die Ampeln. Naja, wir können sie gleich wegnehmen. Machen wir mal auch. Ich glaube, hier habe ich jetzt einen herangesetzt. Hier weg, hier weg. Und da und da. Und hier auch. Genau. Das müssten wir natürlich überlegen, wie machen wir das mit der Straße. Werden wir die gleich komplett auf zu der sechsspurigen? Ich tendiere ja gerade dazu. Kommt, das machen wir mal. Damit das einfach ein einheitliches Bild hat. So. Jawohl, da hätten wir das. Und dann sind, glaube ich, dadurch wieder Ampeln entstanden. Die wir noch wieder entfernen müssen. Ich glaube, hier nicht. Da waren wir ja nicht dran. Genau. Aber hier und dort auch. Genau. So. Na denn. Lassen wir dem Gebiet mal ein bisschen Zeit. Wobei wir ja, wir können ja hier auch ein bisschen Gewerbe heransetzen. Wie gesagt, das gehört ja eigentlich dort auch hin. Das wäre der eigentliche Times Square. Okay. Der jämmerliche. Naja. So. Und etwa vielleicht. Na dann dort auch noch. Okay. Vielleicht generell hier drin einfach. Es ist zwar dann für die Anwohner ein bisschen lauter. Aber gut. Laut ist halt in der Großstadt normal. So. Wir könnten hier eigentlich auch noch Gewerbe hinsetzen. Aber ich glaube, ich lasse das erstmal als Wohngebiet. Wie kann man das hier verändern? Das würde mich mal interessieren. Wenn ich jetzt sagen würde. Oder sagen möchte. Ich will dort eigentlich so einen Viererblock haben. Das darf ich nicht. Ja. Leider. Mich würde mal interessieren, ob es dann Shortcake bei den Entwicklern gab. Dass die sowas verändern konnten. Oder ich keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren. Aber gut. Wir lassen dem Gebiet jetzt mal ein bisschen Zeit. Machen die Zeit auf normal. Und. Tja. Und dann. Werden wir mal schauen. Achso. Wir müssen das andere Gebäude, dieses einzigartige, wieder setzen. Wo das vielleicht jetzt auch nicht ganz so dramatisch ist, wenn das nicht dasteht. Was haben wir denn hier? 15.000 Kinder an Grundschulen. Und dafür werden wir noch eine Weile brauchen. Friedhöfe. Eins von sieben erst erreicht. Dabei haben wir doch immer mal wieder Friedhöfe gebaut. Tja. Und. Der Eiffelturm. Da brauchen wir Industriegebiet mit 30.000 Quadraten. Das ist auch eine ganze Menge. Aber. Ja. Vielleicht schaffen wir das auch noch irgendwann. Das Problem ist nur. Wir haben so null Nachfrage nach der Industrie eigentlich. Und unsere existierende Industrie wird hier glaube ich auch immer irgendwie schmaler. Kann das sein? Hier fehlen Gebäude da. Da fehlen Gebäude. Obwohl die doch alle eigentlich. Genau. Die könnten dort bauen. Machen es aber nicht. Auch ein Problem wird immer mehr. Man sieht es hier. Ähm. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Egal. Wir lassen dem Gebiet mal ein bisschen Zeit. Was wollte ich denn jetzt als nächstes machen? Ich hatte noch irgendetwas gesehen bei der letzten Aufnahme. Als ich mir die jetzt nochmal mit angeguckt hatte. Habe es allerdings jetzt schon wieder vergessen. Habe es allerdings jetzt schon wieder vergessen. Oh wir haben ein Abwasserproblem. Ähm. Wieso? Okay. Ja dann. Bauen wir mal wieder ein neues Abwasserrohr. Und setzen wir einfach. Oder wir können jetzt auch mal so ein Ding hier setzen. Ich meine Geld genug haben wir ja. Müssen ja die Umwelt nicht mehr belasten als nötig. So. Und dann müsste das erstmal eine Weile reichen. Und ich glaube in dem Zusammenhang. Sehe ich auch gerade könnten wir hier eigentlich. Obwohl wir wollten das ja auch mal verlegen. Ja wo können wir denn das Wasser herholen? Eigentlich auch von hier oder? Wenn ich sage. Okay wir bauen jetzt hier. Eins. Zwei. Und vielleicht noch ein drittes. Dann haben wir mehr als dort drüben glaube ich. Und. Müssen das natürlich noch verbinden. Denn vielleicht auch ein bisschen Strom noch dazu. Und. So. Dann müsste unser Wasserproblem dann gleich. Ähm. Beseitigt sein. Jawohl. Wir haben enorm viel Wasser zu viel. Aber das macht ja nichts dafür. Reißen wir das jetzt hier ab. Und dann müssten wir. Eigentlich genau die richtige Menge an Wasser produzieren. Im Endeffekt. Also. Hätten wir. Oder? Wird das noch weniger oder bleibt das so? Scheint so zu bleiben. Aber das ist ja auch in Ordnung. Wir haben jetzt drei dieser Teile. Anstelle wie vorher nur zwei. Und. Ja. Das war aber nicht was ich sich eigentlich hier machen wollte. Mh. Ich überlege gerade schon wieder. Was war das denn? Hier hatten wir angefangen. Ach. Ich glaube ich wollte hier oben mich weit ausbreiten. Dass der Flughafen auch angebunden ist. Mh. Der ein tierisches Müllproblem hat. Na dann. Bauen wir mal für den Flughafen eine. Eine entsprechende Anbindung. So. Wie machen wir es? Ne. So. Und. So. Und. So. Und so. Und vielleicht hier auch noch dementsprechend. So. Und. Hier auch. So. Da hätten wir das auch. Dann ist der Flughafen erstmal soweit ans Straßennetz angeschlossen. Und. Ja. Das war erstmal das eine. Und ich hatte jetzt überlegt. Ob wir hier dann irgendwie noch Gewerbe hinbauen. Oder sonst irgendwie was Schönes machen. Ich meine aktuell Gewerbenachfrage besteht ja. Und wir könnten also. Wir haben hier auch den Vorteil. Hier gibt es direkt eine Eisenbahn. Das heißt. Wenn wir hier Gewerbe hinsetzen. Können wir hier auch einen Güterzugbahnhof hinbauen. Können den vielleicht hier mit drüben sogar noch verbinden mit dem Hafen. Und hätten dann die Möglichkeit. Die Autobahn natürlich dadurch vielleicht etwas zu entlasten. Wobei ich nicht weiß. Ob sich das jetzt lohnen wird. Denn die Autobahn hat halt hier auch schon so einen extrem direkten Zugang. Aber wir können es ja testen. Ich setze hier mal. Ich baue hier mal fröhlich ein bisschen vor mich hin. Und. Vielleicht. Erstmal. Moment. Ich hätte es gerne so. Leicht gekurvt. Mh. So. Genau. Dann. Hier entlang. Dann vielleicht hier in einer leichten Kurve. Nach oben. Und. Vielleicht als Brücke dort rüber. Aber. So. Und dann wieder runter. Okay. Und das lassen wir erstmal so. Dann könnte man sagen. Okay. Ihr kriegt hier vielleicht auch noch eine Direktverbindung. Und. Mir gefällt das mit diesen zu großen Straßen eigentlich immer nicht. Aber. Ich hätte gerne hier gemütlichere Straßen. Ja. Wir nehmen mal hier die vielspurige. Ich bin mal gespannt wie sich das auf den Verkehr auswirken wird. Ähm. Weil es halt im Gewerbegebiet wird. Und Gewerbegebiet ist halt immer hoher Bedarf an Frachtgütern. Das heißt es wird viel Frachtverkehr einfach entstehen. Jetzt habe ich natürlich intelligenterweise. Obwohl das lässt sich immer noch machen. Ich wollte ja hier einen Bahnhof einsetzen. Ähm. Ich will das nämlich nicht immer alles so gerade haben. So vielleicht. Und. So vielleicht. Und. Jetzt ist die Frage. Kriegen wir dort einen Bahnhof ran? Güterzugbahnhof. Hier würde einer ranpassen. Okay. Ich glaube dann nehme ich die Stelle auch direkt. So. Sieht das natürlich mit dem Gelände dort nicht ganz so schön aus. Aber das muss uns erstmal egal sein. Ähm. Strom machen wir später. Was wollte ich? Ach ja. Und wir versuchen mal eine Direktverbindung. Nein. Und wir versuchen mal eine Direktverbindung herzustellen. Wobei ich fange glaube ich hier an. Geht das? Können wir hier eine Abfahrt schaffen? Nicht wirklich. Auch nicht wirklich. Hm. Hm. Warte mal. machen wir noch mal neu also erstmal hier bitte entlang wie ist das wenn wir das gerade durchziehen da sind wir fast schon gut dabei müssen trotzdem das in einer leichten kurve machen denke ich mal so dann bitte hier so weit nach oben dass es passt dass wir dann auch wirklich rüberkommen und genau und dann hier verbinden damit ihr wohl das hätten wir dann brauchst du hier noch eine abfahrt ja wohl das geht auch dann direkt dort drüber und dort ran genau das wäre natürlich noch geil wenn wir hier noch eine abfahrt ran kriegen das geht sogar wunderbar so da haben alle die möglichkeit überall wohin zu fahren das passt perfekt und dann können wir hier natürlich jetzt dementsprechend erstmal ein rohr verlegen und dann natürlich auch für gewerbe gebiete sorgen dass ich hier ein neues schönes gebiet entwickeln kann so können wir das so gerade durch hier will perfekt dann noch hier ordentlich gewerbe ran so müsste das passen und was wir gleich mal hier machen das gefällt mir sonst nicht so hier das nehmen wir alles weg das machen was mal bis dahin okay so hier aber auch das gefällt mir gar nicht lassen wir es ganz frei und so müsste das passen dann bin ich gespannt ob sich das hier entwickelt wie sie es entwickelt und wir werden natürlich auch noch für strom sorgen müssen so hätten wir dann müsste das ganze jetzt eigentlich schon recht gut funktionieren ich bin gespannt wie und ob ich denke schon der güterbahnhof hier verwendet wird was wir natürlich auch durchaus machen könnten neben dem güterbahnhof noch einen richtigen anzusetzen wobei ich eigentlich so ein bisschen bemängeln tue warum kann man nicht gleich beides in einem machen also dass man ich weiß nicht auf der einen seite so auf der anderen seite so oder so naja wir schauen uns das ganze mal was macht denn unser gebiet hier hinten es entwickelt sich ok na wunderbar hier leuchtet auch schon die erste reklame tafel sehr schön das passt zu new york und naja hier das ist eigentlich unser times square eigentlich dürften dort gar keine gebäude drin stehen ich weiß gar nicht was steht denn da drin doch da steht ein gebäude drauf ich habe hier nebenbei die karte offen da ist auf der einen seite wo sind wir jetzt da wäre das theater glaube ich ich glaube da ist ein theater drin und hier keine ahnung einkaufsmeile oder so aber auch irgendwie fuß ja einfach einen platz für fußgänger naja aber macht schon was her unsere stadt hier müssen wir natürlich dann dementsprechend noch dafür sorgen dass sich die gebäude auch auf die entsprechende stufe aufwerten können das heißt wir müssen eigentlich ja schön alles damit versorgen zum beispiel durch eine u-bahnstation die wir jetzt noch eben mal hinsetzen werden wo haben wir denn die letzte dort oben ok da würde ich sagen kommt ich würde hier drin gerne eine machen kommt hier erst mal eine ran und dann vielleicht da so und vielleicht naja meilensteine das ging es aber flott gegeben hat man doch noch 55.000 einwohner jetzt haben wir auf einmal 10.000 einwohner mehr ok wir können jetzt alle flächen freischalten das ist ein traum da freue ich mich schon so aber wir setzen noch schnell hier die verbindung und dann glaube ich haben wir es auch schon wieder so weit geschafft für heute das war ich aber eben noch schnell fertig hier und dann haben wir doch einiges geschafft würde ich meinen also wir haben uns einen kleinen timesquare gesetzt wir haben beim flughafen weitergebaut haben den flughafen auch natürlich an straßennetz erst mal überhaupt angeschlossen werden dort in der gegend auch ein neues werbegebiet haben und das wichtigste der timesquare so ihr lieben wir haben es geschafft heute ich wünsche euch noch einen schönen nachmittag macht's gut und wir sehen uns morgen wieder ciao